In der heutigen Zeit treffe ich viele Menschen, die zutiefst erschöpft sind, wo man merkt, hier gingen Lebensumstände richtig an die Substanz. Hier ist Substanz aufgebraucht. Kalte Finger, kalte Füße, Plässe im Gesicht, schwacher Händedruck, wirklich Erschöpfung bis ins letzte Detail. Hier hat die chinesische Medizin vielerlei Rezepturen, die sehr hilfreich sind. Aber im Mittelpunkt steht Liu Wei, die Huang Wang, eine der berühmtesten Rezepturen der chinesischen Medizin. In dieser Rezeptur ist die Hauptwirksubstanz die Remania-Pflanze. Wir haben diese Rezeptur Remania 6 genannt. Sie eignet sich für Patienten, wo Substanz aufgebaut werden muss, wo tiefste Schwächezustände genähert, gestärkt aufgebaut werden sollen. Es empfiehlt sich, zwei gehäufte Teelöffel am Tag einzunehmen, dies aber mit ausreichend warmen Wasser, wobei man überhaupt sagen muss, dass in solchen Erschöpfungszuständen die Zufuhr von Wärme ganz, ganz wichtig ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.